Zurück zu Left 4 Dead 2. Mit mir und... Missy! Hallo! Ich hab dir den Start geklaut. Ja, ich merk schon. Aber ich warte immer, bis ich... Ich hab doch hier oben links in der Ecke... Da steht doch meine... Sehe ich meine Framerate. Und wenn die grün ist, dann nimmt es noch nicht auf. Und wenn sie rot ist, dann nimmt sie auf. Und sie war noch nicht grün. Deswegen hab ich noch nichts gesagt. Oh. Macht nichts. Habe ich das Intro vielleicht doch nicht geklaut? Ich weiß nicht. Huch, was hab ich denn hier? Huch! Ich will... Ich will... Was? Ja, ist das Problem, wenn man mittendrin startet. Das Problem ist, wir haben uns gerade noch über Videos auf YouTube unterhalten. Und währenddessen standen wir hier auf Karum und wurden beide vom Server gekriegt. Und darum mussten wir in Level 3 jetzt hier einfach nochmal mittendrin starten. Und haben die Anfangswaffen. Aber ist kein Problem für Experten wie uns. Halt! Wieso geht er? Der rennt schon wieder los? Ich bin doch überhaupt nicht fertig. Ich bin doch überhaupt nicht fertig. Ich muss erst mal hier überall in die Wasserkanister ein Loch schießen. Hab ich mich gerade erschreckt. Steht auf einmal vor mir. Komm, dann sagst du mich. Erschreck dich nur. Hier ist ein Raum. Ist da was? Wieso gehst du nicht hier hinten lang? Was ist denn hier hinten? Ich möchte mal hier hinten los. Hallo? Hallo? Du brauchst gar nicht so um die Ecke zu schielen. Ich hab dich nämlich gesehen. Hier ist ein Baseballschläger. Hier ist ein Molotow-Cocktail. Ich hab einen Molotow-Cocktail. Hier sind gute Waffen. Hier sind Mollys. Deine weibliche Intuition hat was Gutes. Hat was super gemacht. Wie hat was? Oh, mit Adrenalin können sie viele Handlungen schneller durchführen. War das jetzt gut? Hier hinten ist Mollo. Ja, bin ich. Missy, folgen Sie mal. Warum war meine weibliche... Also natürlich ist sie gut, aber warum war sie gut? Ganz einfach. Deswegen hier. Guck mal. Ein Auto. Nee. Hey, hier gibt's Waffen, Leute. Ist das hier die Scho... Ist das die... Ja. Ja, das ist sie. Und hier sind Pillen noch. Achso, nee, du hast Adrenalin. Nein, scheiße. Jetzt hab ich meine Adrenalin weggeschmissen, wa? Ja. Okay, jetzt hab ich's wieder. Oh, gut. Oh, ich sollte Muni wieder nehmen. Das ist toll. Man kann einfach die Sprutflinte austauschen. Achso. Ich warte hier mit den anderen beiden und denke mir, ne, wann kommt er denn? Wann kommt er denn? Ne, der ist schon längst wieder weg. Hä? Ich bin hier einfach den Weg runtergelaufen. Okay. Hä? Wo bist du denn? Nein. Ah, das bist nicht du. Geh weg. Oh. Ich bin ja plötzlich neben mir. Der ist echt noch lange nicht aus. Nein. Das hab ich auch gar nicht behauptet. Aber du hast mich verwechselt. Wieso hinter mir? Ach, nee, nicht hinter dir, nicht hinter mir. Da ist dein Hunter. Achtung. Deine Stand im Tisch. Hä? Wo ist der Hunter? Ach, Bill hat mich schon geduldet. Missy, Missy, Missy. Ja. Soll ich den Knaller wieder zünden? Ja, ja, genau. Mach. Jetzt gibt's gleich ein großes Bonbon. Ja. Boah, und das lag bei mir. Vom feinsten. Ich hab Missy's Framerate einfach in die Luft gejagt. Ja, so ungefähr. Na, Smoker? Mich schnabuliert's heute nicht. Telefon, hallo, Vermittlung, hallo, Polizei. Hier ist etwas ganz un... ganz seltsames im Gang. Wer sind Sie, warum haben Sie die Nummer? Polizei, woher haben Sie diese Nummer? Ich komme, bin da. Und diesmal sind die anderen beiden auch mit da. Die anderen beiden hing nämlich das letzte Mal noch dort unten rum. Für Sie? Ich hab was gehört, was ich nicht mag. Für Sie, ich glaub ich wär ein schlechter Polizist. Warum? Wenn einer anrufen würde, hallo, bin ich hier bei der Polizei? Nein, ich bin bei der Polizei. Sie sind irgendwo am Telefon. Oh. Es tut mir leid, ich glaub ich hab dich gerade... Ich hab grad geschossen. Macht nichts, ich bin's gewöhnt. Was? Lade nach! Ich will hier mit... Siehst du, hier drüben an der Ecke kommt man mit springen einfach hoch. Okay. Oh. Und die kommen hier einfach hoch. Ich hab den gerade getötet, indem ich dem auf den Kopf gesprungen bin. Da ist kein Charger! Was? Mario! Ja, ich hab gerade einen getötet, indem ich dem auf den Kopf gelandet bin. Okay. Oh, ich hätte fast Luis erschossen. Alter, springen wir doch nicht immer vor die... vor die Flinte. Oh, Bill hat Smoker getötet. So, euch geht's da um gut, oder? Wieso bist du unten? Ja. Wieso bist du unten? Weil wir hier runter müssen. Ach, dort! Ich dachte, hier bist du wieder runtergefallen. Was ist denn da, wenn hier runterfällt? Ah, ich seh schon da hinten. Dann darfst du noch mal eine Ehrenrunde drehen. Ja, die Leiter hoch, dein Team. Kletterte einer gerade die Leiter hoch. Ey, ich hab den getötet. Nicht du. Ich folge dir einfach mal, damit die anderen... Ah! Alter! Nein! Was, was, was? Weiter geht's. Oh, Alter! Keine Müde, ich halt vortäuschen! Peter! Okay. Oh, hier ist Muni. Ja. Brauche ich. Nimm dir! Ja, schon. Ich meinte, äh, ich meinte... Ah! Alter! Da war das viel plötzlich neben mir. Oh, wie ich mich immer noch erschrecke. Ja. Follow me. Ja. Und... Wollen wir nicht die ganzen anderen Räume erkunden? Können wir auch machen. Yeah! Geronimo! Aber ich glaube nicht, dass wir wirklich irgendwas finden. Doch! Noch mehr Zombies! Ich hab zwei Toiletten gefunden. Ich war vorhin auch auf einer Toilette. Mhm. Missy, Missy, komm in den Schutzraum. Missy geht auf Toilette. Ja, ich bin einfach nur in den falschen Raum reingerannt. Muss ich fragen, wo du jetzt schon wieder bist? Jockey! Komm, Jockey! Nein! Alter! Wollst du dir die Räume doch angucken hier oben? Was? Ich bin jetzt schon weitergerannt. Er sagt, wir sollen die Räume angucken und dann rennt du vor. Ja, weil ich dachte, du bist schon wieder vorgerannt. Menno, ich wollte dir doch nur folgen. Und die anderen beiden rennen immer mir hinterher. Ich hab vorhin schon so die... Ähm... Pam, 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 pam. Daaa! Was meinst, werden sie diesmal wieder hier oben sterben? Mal gucken. Hier war vorn irgendwo die Witch. Tank. Tank, 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 tank. Wo, wo? Hier oben. Da unten. Oh nein, du bist schon wieder da unten. Ja, wir müssen ja hier runter. Ich hab den Tank getotet. Wir brauchen diesmal sind Bill und... Bill und Luis waren vorn hier oben gestorben. Und hier unten, da so saß die Witch. Ja, und wir waren auch schon unten. Ja. Du hast mich schon wieder mit dem Zombie verwechselt. Es tut mir leid, der stand neben dir. Sagt euch so ähnlich. Was? Vorsicht. Hier kam noch vorn und tanken. Alter! Ihr könnt raus. Nee, da griff uns was von hinten an. Da war gerade nur Boomer bei mir, den hab ich gerade gut gemacht. Ach so! Alter! Ich guck hier so, hm, die Schole brauche ich nicht, den Moment von mir an Hunter angesprochen. Alter, könnt ihr aber aufhören, alliiert die Ritzen zu gehen? Wo kommen wir denn da hin? Tür zu. Tür zu. Alter. Uiuiui. Machen die die Türen auf? Die machen die Türen auf? Ach hier! Wir Wichster, das gibt nen Durchzug. Halt, ich muss erst mal... Witten auf den Boden. Ah, gut. Du bist ja schon wieder weiter vorne. Aber jetzt rennt er schon nicht mehr ganz so wie vorhin. Vorhin ist er richtig. Dün, 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 dün. Dün, 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 dün. Hier links rum? Ne, geradeaus. Ne, geradeaus. Hallo, Tata. Oh, oh, Entschuldigung. Es tut mir leid, ich will euch doch nicht treffen. Ja, aber ihr steht immer im Weg. Gib's zu, das ist alles mit Absicht. Nein, ich glaube, in der Gülle rum, das ist ja so eklig. Gib mir hier rauf. Dann musst du nicht mehr in der Gülle rum laufen. Ach hier. Nein, warum lasst ihr mich als letztes gehen? Oh shit, oh shit. Oh yeah. Oh yeah. Komm, 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 komm. Wann, komm, komm. Bam, bam, bam. Huch. Huch. Was bist du? Im Schutzanzug. Ich glaube, im Schutzanzug hat ja nicht wirklich viel gebracht. Boah, ich bin hier letzt gestorben. Nein, Jockey, lass mich. Was, was, wo bist du? Wo bist du? No, 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 no. Weil es die anderen gucken mich einfach nur doof an. Alle gucken mich einfach nur doof an. Wieso, ich hab gerade, ich hab dich beschützt, steht da. Und den Jockey getötet. Hier sehe ich, ich hab Puma-Kotze. Was? Ja. Warum? Ähm, ne, ich meine als Granate. Ach so. Hm, nom, nom. Und ich bin im Schutzraum. Ah, Hilfe, 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 Hilfe. Huch, huch, huch. Ich hab einen Charger getötet. Huch, huch, huch. Was ist, was ist das da? Da unten liegt irgendwas. Was ist das hier? Das ist die Boomer-Kotze. Ach so. Ah, okay. Oh, da saß grad ein Charger auf mir drauf. Und ich konnte mich nicht wehren. Dann doch. Ich hab mir erschossen. Wie lang haben wir schon? Wir haben noch 8 Minuten 45 Sekunden. Sollen wir dann das nächste auch noch machen? Jo, kümmer. Oh. Ich wollte grad sagen, ich bin auf Platz 2. Ja, mit null Punkten. Du weißt, du. Oh. Oh. Was? Ganz unten? 3. Aber es macht Spaß. Das ist ja die Hauptsache. Das ist ja die Hauptsache. Für alle, was die Boomer-Kotze macht. Die Boomer-Kotze kann man auf einen Zombie werfen. Und dann greifen die anderen Zombies diesen Zombie an. Das voll lustig, wenn gerade so eine riesige Zombie-Welle kommt. Und in dem Moment nen Tank angreift. Okay. Du schmeißt einfach die Kotze auf den Tank und alle Zombies wollen den Tank verprügeln. Hier liegt noch ein Medipack. Ist das deins? Ne, ich brauch gerade keins. Hast du noch eins? Ja. Gut. Mein Rushstopper. Oh. So viele Leute. Und nur vier davon am Leben. Also. Man kann sich drüber streiten. Die anderen sind nicht mehr am Leben. Die sind untot. Warte mal. Hier war doch. Gerade. Ja, ich war gerade doof. Wo bist du denn? Ich habe gerade die Treppe nicht gefunden. Ah, okay. Also bin ich richtig, nehme ich an. Ja. Voll gegen die Wand gelaufen. Was schreit denn da so rum? Keine Ahnung. Das ist keine Witch. Witch weinen. Hab den Schreihals gefunden. Beide down. Alles verraucht hier. Huch. Ich habe gerade... Äh. Was stehst du auch in der Explosion, die ich gerade mache? Also. Tut mir leid. Wie kannst du nur? Die regen sich immer über mich auf. Die macht mich auch aus. Ja, ich glaube, das denken die sich. Ja, ich glaube, das denken die sich. Oh. Na ja. Ich gehe mal wieder in den Raum rein. Denke mir, na mal gucken was da drin... Mal gucken was da drinne ist. Und ja, da kam mir was entgegen. Aber die warten auch bis man sie angeguckt hat. Okay, dann gucken wir erst mal da lang. Ich möchte auch ein bisschen was erschießen. Da ist ein Granatwerfer. Na, ne ich bleib bei dem, bei der Shotgun. Peralladwerfer mit zu wenig Muni. Na gut, das weiß ich nicht, aber... Hih! Hih! Sie kotzt mich an! Hih, wo ist der Spucker? Ist da um. Achso, ahhhh! Hahaha! Wie geil! Bleibt in euren Betten! Habt ihr nischt gelernt! Ich bin so froh, dass die anderen beiden mir folgen. Smokka! Mokka down! Guter Schuss! Jawohl! Jawohl, ja! Popangas! Oh. Ah! Ich hab das grad noch zischen gehört. Oh, der ist bei mir geblieben! Misi, renn! Ja, ich renne! Na, die Wand kann ich gar nicht kaputt schießen. Oh! Wird grad sagen, du hast schon wieder auf mich geschossen, also der Luis, aber er hat irgendwie einen Smoker geckelt. Drecksack! Demi! Wenn du dich da vorne hinstellst, dann musst du dich nicht wundern, wenn ich dich treffe! Guck mal hinter dich hier! Aaaaaah! Hey tata! Hey tata! Hey tata! Aaaaaaaaaa рес ресptae Hey tata! Hey, ich mag Tätaspiel! Hahaha! Nein ich bin nicht süsste aufwarten, Est Figureit. wie ist das Spiel? Ich weiß es auch nicht, es hat ein Aufzug ist da. Miss? Ja. Komm, er kann einen Aufzug bevor Bill sich wieder anders überlegt. Ach ja. Bill stand das letzte Mal da drüben und hat sich nicht weggelegt und wollte einfach nicht in den Aufzug gehen. Huch, da sitzt was auch hier drauf. Nein, tut es nicht. Na. Tür ist hoch. Was hat los, das Verspots? gerade gar der hat mal bei wo nachgeschaut na ich mag den sprecher von dem bild alter wie lust mich anguckt einfach so angewietert na komm schatzi schau doch nicht so böse die ehemalige so durchsichtig sind warum ich nicht so an ich bin doch nur ein schöner Mann ich nicht hat mich das ist das gesagt habe ich auch immer voll traurig an ja auch heute müssen gehen und ich hatte gehofft du bist ein Mädchen nein wo bin ich denn hier wo bin ich denn hier was wie ein verbündeter muss mich hochziehen hast du denn das geschafft wie hast du das geschafft das Ding hat mich hier runtergeguckt Magie Bill hat mich schon wieder gerettet er liebt dich ja ich glaub auch ich mag ihn auch was war das überhaupt ich hab nicht hier mit nee das Ding was mich da so getackt hat am Tank wahrscheinlich war nehn Charger seit wann täckeln die der Tank kommt jetzt die Zombies lasst mich nicht los warum rennst du vor warum rennst du mal vor warum rennst du denn auch immer vor weil ich es kann ja scheinbar nicht hat auch funktioniert mit meinem 4 HP mit meinem 4 HP Bill will mir wieder in den Arsch fassen follow me ich musste erst mal gucken was da drinne ist hui guck könnte nützlich gehen vor und schließt die Tür nein nicht die AK so au mach die Tür zu mach ich doch mach die Tür zu wir haben es geschafft und ich bin immer noch ganz unten dabei schiesse ich so oft oh 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 tank schlechter oh oh ein Glück das wurde aufgenommen das muss man nicht mal zeigen ich bin ja da ich bin soweit unten mit einem punkt und die nicht der nächste part ist das finale für dieses kapitel und da ist aber dies aber dieses kapitel sehen wir dann in den nächsten folgen würde ich sagen sehe ich auch so also seid ihr bereit also bis dann und tschau